Hallo Leute, der Grauton hier mit einer kleinen neuen Format-Änderung, Vorstellung, wie auch immer und gleich dem ersten Mal, wo ihr dann daran auch teilnehmen könnt an diesem Format. Und zwar habe ich mir gedacht, GrauTV war ja zuletzt recht sporadisch nur auf unserem Kanal, es war halt immer, wenn ich mal eine Serie fertig hatte, immer wenn ich mal einen Kinofilm geguckt habe, was in letzter Zeit nicht sonderlich häufig war. Und ja, ich hatte so den Gedanken, was wäre denn eigentlich, wenn ich GrauTV ab jetzt wöchentlich mache mit Kinofilmen und ihr bestimmt von Woche zu Woche, welchen Kinofilm ich mir denn ansehen soll. Denn ich habe jetzt halt immer sehr nur auf die Blockbuster geguckt und da dann viele Filme geguckt oder auch nicht und dann mal was dazu gemacht und mal nicht. Und ich dachte, das ist eine schöne Möglichkeit, ja, mehr Kinofilme zu gucken und euch dann gleichzeitig auch mehr Content und mehr Reviews dazu zu geben. Das kommt heute, kommt jetzt ausnahmsweise mal heute, nicht wundern, am 30. oder 31. ich denke mal 31. wird dann auch schon der Vote für die Woche danach kommen, denn ich möchte immer genug Vorlauf haben, damit ich dann eben auch, wenn es zum Beispiel ein Blockbuster ist, eben auch die Karten rechtzeitig vorbestellen kann und dann nicht dastehe und den Film nicht schauen kann. Also immer so anderthalb Wochen, bevor die Kinowoche losgeht, ja, werde ich das dann machen. So, und los geht's mit dem Voting für die erste Januarwoche, also die Filmscharts ab dem 4.1.2018. Und ich werde jetzt einfach mal ganz kurz die Beschreibung vorlesen und euch die Trailer in die Beschreibung packen, damit ihr euch das angucken könnt und mir dann sagen, was davon ich gucken soll. So, das erste wäre Insidious, The Last Key. Hier ist die Beschreibung, die brillante Parapsychologin Dr. Elise Rainier wird mit ihren bisher schrecklichsten und persönlichsten Bedrohungen konfrontiert. Sie soll übersinnliche Vorkommnisse in einem Familienhaus in New Mexico auf den Grund gehen, dem Haus, in dem sie selbst aufgewachsen ist. Ist also ein Horrorfilm, wie man wahrscheinlich schon raushört, alles andere könnt ihr euch ja dann im Trailer ansehen oder ich packe Bilder rein, mal sehen. Das zweite wäre das Leuchten der Erinnerung. Ella und John sind schon viele Jahre verheiratet. Das Leben des in die Jahre kommenden Ehepaars wird mittlerweile aber größtenteils von ihren Arztbesuchen und den Bedürfnissen und Ansprüchen ihrer Kinder bestimmt. Um ein letztes richtiges Abenteuer zu erleben, natürlich. Um ein letztes richtiges Abenteuer zu erleben, beschließen die beiden, sich in ihrem Oldtimer-Wohnmobil auf die Reise entlang der US-Ostküste von Boston bis nach Florida zu begeben. Der Beginn einer Reise, von der keiner weiß, wohin sie die beiden führen wird. Das wäre Vorschlag Nummer 2. Vorschlag Nummer 3 wäre Alte Jungs. Das Leben im Seniorenheim ist für Nukes und seine Freunde nicht das Problem. Aber dass sie in ihrem Alter bevormundet werden wie kleine Kinder, damit können und wollen die Freunde nicht länger leben. So bleibt nur eine Möglichkeit, ihr eigenes Seniorenheim eröffnen, in dem man gerne rauchen und trinken darf. Aber röse Liebschaft mit den weiblichen Bewohnerinnen nicht länger verstecken muss und in dem man so sein darf, wie man möchte. Nach und nach schließen sich immer mehr Rentner dem humorvollen Gespann an. Jetzt stehen ihnen nur noch die Finanzierung im Weg. Das scheint also eine Komödie zu sein. Ist auch ganz gut bewertet, sehe ich gerade. Dann haben wir die Spur. Die pensionierte Brückenbauingenieurin Duceyko oder so, lebt zurückgezogen in einem Bergdorf an der polnisch-tschechischen Grenze. Irgendwie viele Seniorenfilme. Also zumindest mit Senioren in der Rolle. Dort lebt sie ihr Leben als charismatische, exzentrische Frau mit einem Hang zur Astrologie. Eines Tages ist der Hund der Vegetarien verschwunden und nur wenig später findet sie mitten in der eiskalten Winternacht ihren Nachbarn tot auf. Neben seiner Leiche entdeckt sie eine Hirschschwärte. Als weitere Männer auf mysteriöse Weise sterben, die als passionierte Jäger gelten, fällt der Verdacht auf Duceyko oder haben doch die wilden Tiere die Männer getötet. Nux, Krieger des Lichtes Ein Dokumentarfilmteam begleitet den Real-Life-Superhero Nux bei seinem alltäglichen Kampf für eine bessere Welt. Weil sich dessen soziales Engagement jedoch als recht unspektakulär entpuppt, findet Jan, der Regisseur, kein Geldgeber für sein Projekt. Schließlich bekundet der Produzent Brandinteresse, allerdings in der Voraussetzung, dass Jan ihm sensationelleres Material liefert. Denn wo Superheld draufsteht, muss auch Superheld drin sein. Nux, hinter dem der schüchterne Niemann Thorsten Kachel steckt, lässt sich nach kurzem Zögern von Jan dazu überreden, sich mehr auf die Bekämpfung von Kriminalität zu konzentrieren. In der Hoffnung, so seinen Traum, einem Superheld zu sein, näher zu kommen, vernachlässigt Nux immer mehr sein soziales Engagement zugunsten der Verbrechungsbekämpfung. Doch die vermeintlichen Heldentaten wollen sich nicht einstellen. Erst als Thorsten von der attraktiven Stripperin Kitty um Hilfe gebeten wird, scheint es stundenendlich gekommen. Doch anstatt für sie zum Helden zu werden, findet er sich plötzlich als Täter wieder. Und mit einem Mal ist nichts mehr, wie es scheint. So, so. Dann hätten wir noch die Dschungelheldin. Das ist ein Animationsfilm. Pinguin Maurice wurde von Tigern großgezogen und ist fest davon überzeugt, selbst ein echter Tiger zu sein. Zusammen mit seinen Freunden, den Dschungelhelden, will der selbstbewusste Kung-Fu-Kämpfer für Gerechtigkeit und Ordnung im Dschungel sorgen. Als der fiese Koala Igor und seine Pavian-Bande den Urwald zerstören wollen, begeben sich die Dschungelhelden auf eine wichtige Mission. Dschungelhelden auf zur Rettung. Ich hätte vielleicht den Text etwas größer machen sollen, damit ich nicht die ganze Zeit in die Augen zukneifen und ins Stocken kommen muss. Dann haben wir noch Score, eine Geschichte der Filmmusik. Score widmet sich voll und ganz dem Soundtrack, der einen Film erst zu dem macht, dass er am Ende ist. Einige der berühmtesten Filmthemen der Kinogeschichte werden hier vorgestellt und von der Entstehung auf dem leeren Notenblatt bis hin zum Endprodukt begleitet. Die Ehre geben sich in Score wahre Legenden der Filmmusik, darunter Max Steiner, Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams, David Arnold, Michael Denner, Rachel Portman und Alexandre Displard und weitere. Und dann haben wir noch The Greatest Showman mit Hugh Jackman und Zac Efron. Mit diesem Musical nimmt man sich die Geschichte von Petey Barnum an, dem Gründer des berühmten Wanderzirkus Ringeling, Bros und Barnum und Bailey Zirkus. Ja, das sind alle Kinofilme, die starten in dieser Zeit, also am 4.1.2018 und ihr dürft dann jetzt im Strawpool-Link unten in der Beschreibung voten, welcher Film davon es denn werden soll und über welchen Film davon ich euch berichten soll. Genau, das war es dann von meiner Seite. Ich hoffe, ihr mögt diese Änderung, dass GrauTV jetzt interaktiver wird und regelmäßiger. Ich behalte mir natürlich immer vor, wenn eine Woche irgendwie besonders stressig ist, wenn ich krank bin oder sonst was, dass es dann halt mal ausfällt. Aber ansonsten hoffe ich, euch da jetzt regelmäßig GrauTV liefern zu können und hoffe, dass immer schön auch Freunde mit ins Kino kommen, damit ich nicht alleine im Kino sitzen muss. Das ist nämlich ein bisschen traurig, aber wenn es so ist, lässt es sich nicht ändern. Gut, das war es von meiner Seite und wir sehen uns dann spätestens bei der ersten Ausgabe von GrauTV mit dem Kino-Format davon. Bis dahin, euer Gauton und ciao!